In diesem Kapitel wird das Konstruieren mit Faserverbundwerkstoffen näher betrachtet. Faserverbundwerkstoffe bieten der Konstruktion ganz neue Möglichkeiten. Insbesondere in den Bereichen, in denen Leichtbau eine wichtige Rolle spielt, entstehen große Potenziale. Aufgrund der speziellen Werkstoffeigenschaften ist es jedoch notwendig, dass der Konstrukteur spezifisches Fachwissen über einen sinnvollen und richtigen Einsatz dieser Materialien hat. Das Konstruieren nach Maßstäben konventioneller Werkstoffe sollte vermieden werden. Vielmehr ist eine gezielte Anwendung von Faserverbundwerkstoffen erstrebenswert. Welche Bauteile bzw. Normprofilformen sind überhaupt möglich? Welche Parameter und Gestaltungsrichtlinien muss ein Konstrukteur beachten? Welche Vor- und Nachteile gegenüber konventionellen Werkstoffen gibt es? Tendenziell stehen die möglichen Bauteilformen anderen Werkstoffen in nichts nach. Vom einfachen Halbzeug bis zu komplexen Formen sind alle Bauteile möglich. Da eine Einzelteilfertigung im Moment noch sehr teuer ist, sollten Bauteile möglichst aus fertigen Halbzeugen konstruiert und hergestellt werden. Hierbei muss jedoch auf die richtige Nachbearbeitung geachtet werden. Sollte eine Fertigung aus Halbzeugen nicht möglich sein, werden die Bauteile aus fertigen Fasermatrizen hergestellt. Genauere Informationen zum Herstellungsprozess können dem Kapitel 2 Herstellung von CFK- und GFK-Bauteilen entnommen werden. Da diese Bauteile aus Negativformen hergestellt werden, sollte auf Hinterschneidung verzichtet werden. Diese sind frei hervorstehende Konstruktionselemente, die verhindern, dass sich das Bauteil frei aus der Form entfernen lässt. Ist eine Hinterschneidung unvermeidbar, sind geteilte Formen notwendig. Hierdurch entstehen jedoch höhere Kosten. Bevor mit der Konstruktion eines Faserverbundwerkstoffbauteils begonnen werden kann, sollte intensiv erarbeitet werden, inwieweit ein solcher Einsatz notwendig ist. Der Einsatz ist nur sinnvoll, wenn neben dem Leichtbauaspekt auch andere Vorteile vorhanden sind. Beispiele wären ein verbessertes Ermüdungsverhalten oder eine bessere Korrosionsbeständigkeit. Ansonsten ist es oft wirtschaftlicher, allein durch konstruktive Maßnahmen Gewichtseinsparungen zu erreichen. Sollte der Konstrukteur sich für den Einsatz von Faserverbundwerkstoffen entscheiden, müssen hierbei unbedingt bestimmte Gestaltungsregeln nach VDI 2012 eingehalten werden. Die sechs wichtigsten Regeln werden im Folgenden zusammengefasst. 1. Der Faserverlauf sollte Belastungen folgen. Durch einen angepassten Faserverlauf und gleichmäßige Wanddicken werden Eigenspannung, Harzansammlung oder Risse verhindert. 2. Entformungsschrägen vorsehen. Da Faserverbundwerkstoffbauteile aus Negativform hergestellt werden, müssen diese nach der Herstellung daraus auch wieder entfernt werden können. Hierfür sind wie bei Gussteilen Entformungsschrägen vorzusehen. 3. Versteifung führen zur höheren Belastbarkeit der Bauteile. Soll das Bauteil versteift werden, gibt es folgende Möglichkeiten. Sicken oder aufgeklebte, einlaminierte Profile, Sandwichkonstruktionen, Anpassung des Faserverlaufes. 4. Punkt- oder Linienbelastungen verhindern. Aufgrund von geringerer Härte sind Bauteile aus Faserverbundwerkstoffen niemals punkt- oder linienförmig zu belasten. 5. Symmetrien vorsehen. Durch Symmetrien können Eigenspannungen verhindert werden. 6. Mehrere Bauteile sollten möglichst verklebt werden. Mechanische Verbindungen sollten vermieden werden, da so der Faserverlauf unterbrochen wird und geringere Festigkeiten entstehen. Zum Schluss sollen Vor- und Nachteile gegenüber konventionellen Werkstoffen wie zum Beispiel Stahl zusammengefasst werden. Vorteile sind hohe Festigkeit und Steifigkeit bei sehr niedriger Dichte, freie Bauteilformgestaltung, Korrosionsbeständigkeit. Dem gegenüber stehen folgende Nachteile. Sehr hohe Kosten, Massenfertigung ist im Moment nur schwer möglich aufgrund fehlender Prozessketten keine umfangreichen Recyclingmöglichkeiten. Zusammenfassung Faserverbundwerkstoffe sollten möglichst aus fertigen Halbzeugen hergestellt werden. Die Gestaltungsrichtlinien sind der VDI 2012 zu entnehmen. Vor der Konstruktion muss genau abgewogen werden, inwiefern der Einsatz von Faserverbundwerkstoffen sinnvoll ist. Und wenn Sie die Zeit definiert werden, muss genau abgewogen werden. Ihrnet through Maschinen WDR 2020 WDR 2018 WDR 2019 WDR 2018 WDR 2020